so halli hallo heute ein kleines unboxing von mir und zwar geht es heute um das alphacool complete watercooling set mit einem 360er watt jahr doch mal hier bestellt und dazu will ich euch zeigen was der lieferumfang dabei ist was ihr da erwarten könnt und was er eventuell noch zusätzlich braucht ja geschickt wird im karton der größe der jetzt schon stehen seht man bekommt ja noch dazu gutschein weil mit der mit der kühlung wie ich es jetzt hier stehen habe könnte theoretisch auch die grafikkarte gleich noch mit kühlen wir müssen nicht nur die cpu kühlen dazu bräuchte praktisch für die grafikkarte noch den kühler dazu und der kostet 100 euro da spart euch dann 10 euro also kostet 90 euro das hat dabei und hier ist dann im liefernfang auch eine kleine anleitung dabei so eine kurbe eigentlich mit der eigentliche anfangen können aber da gibt es am internet genug beschreibungen wie das zusammengebaut wird was wir ja auch zeigen werden wir erscheinen das schritt für schritt wie wir das machen aber kommen wir jetzt mal zum inhalt des kartons den denke ich mir dazu hin und lege euch dann das was wir da austacken eins und nach vorne hin so fangen wir an das hier ist der stecker den er braucht fürs netzteil wenn man das dann überbrücken müsst um nur die pumpe in betrieb zu nehmen die wasseranlage befüllen wird der auch mit geliefert das wird übrigens nicht mit geliefert das sollte das wollte ich eh noch besonders darauf hinweisen ihr werdet an der an dem radiator mehrere lüfter befestigen bis zu sechs teilweise kann man da dran machen da empfehle ich diese adapter kabel wo er drei lüfter auf einen steckplatz machen oder sechs auf einen oder zehn auf einen gibt es auch schon falls ihr am mainboard nicht genug lüfteranschlüsse habt ein wichtiger hinweis bestätigt das extra dann erst dann dasteht ihr könnt die lüfter nicht ansteuern das wäre ganz wichtig so was haben wir denn noch den habe ich mir extra bestellt das zeige ich euch noch zwei mal 90 grad winkel die sie nicht im lieferumfang anhalten falls du die braucht falls ihr irgendwo 90 grad winkel weg müsst ich brauchst du wahrscheinlich deswegen habe ich zum beispiel schon mal sicherheitshalber mit bestellt dann haben wir ja im original ist ein 3 m schaufen ganz normaler dabei das ist ein 13 10 also außendurchmesser ist 13 im durchmesser ist 10 3 m dabei reicht nochmal so völlig aus braucht das sonst nichts extra ich habe mir aber aber noch ein schlauch extra bestellt der im schwarzlicht neon beleuchtet wird da der kunst mit viel da kommt glaube ich irgendwas bei 10 euro oder so also das habe ich mal extra bestellt und da können dann praktisch noch war ich direkt in den rechner einbringen kommen wir zum ersten teil was wirklich im zentren ist es nämlich die pumpe hier die pumpe ist eine recht gut ist mit x5 runde pumpe ist das wie das dann zusammengebaut ist das zeichnet den packst du nicht aus die steckt hat hier im karton drin die wird dann aufgebaut die ist enthalten im grunde habt ihr alles dabei was ihr braucht aber wir zeigen das jetzt schritt für schritt dann haben wir dabei die anschlüsse hier das sind gerade anschlüsse die sind auch sehr gut verpackt und sehr schick gehalten die sind in einem schwarz metallic lackiert sind das sind sechs stück hier drin die nehmen wir raus wenn wir es dann zusammenbauen 1 2 3 4 5 6 die brauchen wir die reichen auch normalerweise aus um einen kühlkreislauf aufzubauen wenn er natürlich jetzt noch eine grafikkarte mit anhängen bräuchte mehr dann bräuchte mindestens acht aber das vielleicht das nächste mal das weiß ich noch nicht über das dann machen werden was haben wir noch dabei dann haben wir drei lüfter dazu drei stück sind in karten drin von alpha cool die werden mitgeliefert das sind drei pinnstecker das sind keine pwm lüfter laufen mit 1200 rpm plus zehn prozent steht drauf und sie könnten sogar mit 1300 umdrehungen laufen lassen die sind eigentlich relativ lauf ruhig wenn man das wenn man den glauben schenken darf was die da schreiben was haben wir noch schönes dabei das hier ist wichtig das hier ist das wasser das mitgeliefert da ist eigentlich nichts mehr auf dem konton zu sehen zum befüllten der anlage ist eine flasche liegt auch noch so dürfte das sein hier so ist richtig das ist entmineralisiert und mit dem vorschschutz versetzt das ist dann halt dabei wenn ihr größeren kreislauf aufbauen wollt verlasst euch nicht darauf dass die flasche komplett ausreicht gerade noch mit einem größeren behälter arbeiten wollt das empfehle ich euch dann halt noch ein destiliertes wasser euch dazu zu besorgen aber das ist ja das kriegt man ja fast überall das ist kein problem so dann haben wir hier den ausgleichsbehälter wird mitgeliefert den braucht ihr natürlich auch kommt einem schicken korn ordentlich verpackt ich zeige euch welchen ich habe ich habe etwas größeren für die 5,25 zoll schächte ist der bei mir also da wo normal die dvd laufwerke reinkommen da kommt der rein so richtig befüllt wurde hier vorne das zieht man einfach nach vorne raus dann wird das befüllt ist ein bisschen ein bisschen fühle ich viele mögen es nicht manche mögen es ich mag es auch damit ich das laufwerk dann also das ding nie rausziehen muss zum befüllen aus dem rechner sondern kann die schlauchlenke gleich richtig anpassen und befüllt das dann einfach über diesen stutzen hier vorne hinten selber dann schon den anschluss wo dann die pumpe drauf kommt genau wie es zusammengebaut wird wie gesagt das kommt an da kann ich schon tag sagen am sonntag bauen das zusammen und am montag wird es dann das video im internet geben wie wir das dann zusammengebaut haben dann hier ist dann der cpu kühler selber der hier natürlich auch mitgeliefert wird der reicht völlig aus hier ist das zeug zum zusammenschrauben immer für amd und immer für intel sätze der kühler paste wird mitgeliefert schrauben was man alles so braucht und das ist dann der kühler selber hier der land drauf kommt der schaut dann so aus ganz normaler kühler der wird dann quasi auf den prozessor aufgeschraubt und kühlt dann den prozessor weil dafür ist der satz ja eigentlich da den pack mobil weg so da haben wir das nächste gehabt dieser kühlt die paste ist in dem satz mit dabei wie der satz ich genau das schreibe ich in die video beschreibung sein das zu und dann fehlt im kunde ja noch ein nämlich das wichtigste was er dann die kühlung überhaupt vor sagt das ist dann der radiator das ist ein 360er radiator den ich mir hier im set mit dazu gestattet ein bisschen dicker der hat eine stärke von 4,6 zentimeter der schau dann so aus das ist dann der radiator dazu der hat hier mehrere anschlüsse um gesagt zu sein hat der sieben anschlüsse 1 2 3 4 5 6 7 da wo die stützen drauf sind wir nutzen erst mal nur zwei davon wenn man mehrere teatoren miteinander verbinden will die könnte man dann diesen schützen mitnehmen und in den nächsten als der tor jedenfalls man da einen größeren kreis auch mit mehreren zusammenbauen will kann man das auch mit diesem art ja tun da ja die wird wie gesagt mit geliefert und mitgeliefert werden hier diverse schrauben und die verschluss stützen für die anschlüsse die ja nicht nennen die könnte natürlich nicht offen lassen dann müsste man diese stützen drauf schrauben nicht mit gewalt schön langsam das aber alles dann im video wenn es dann soweit ist dass es zum zusammenbau kommt ja damit habe ich euch eigentlich alles gezeigt was er braucht um eine wasserkühlung aufzubauen wie es bei mir dann auch schon wird weil ich den radiator außen am rechner befestigen muss wurde eine spannende geschichte das seht ihr dann im video wenn es soweit ist wie ihr seht es ist ein komplett sehr gut kam ungefähr 300 euro damit habt ihr eine ausgangsbasis wo wirklich auch gut hinkommt weil wie gesagt ihr könnt nicht nur die cpu mit dem ganzen satz kühlen sondern hier könnt ihr locker noch eine grafikkarte mit drauf hängen dann haben wir das unboxing geschafft ich danke euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer highspeed